Leute, imens wichtiges Update zum Bitcoin-Preis, denn aktuell stehen wir an einem sogenannten Make-or-Break-Point. Heute Nacht fällt Bitcoin erneut unter die 27.000 US-Dollar-Marke und baut damit kurzfristig ein neues Tief aus. Und das, obwohl es soweit erst einmal positive Signale aus den USA gibt, denn der US-Debt-Sealing-Bill, der Deal ist soweit durch. Republikaner und Demokraten konnten sich einigen und die US-Schuldenobergrenze wird kurzfristig ausgesetzt. Und ebenfalls können ab heute Hongkong-Retail-Investoren wieder Cryptocurrencies, Kryptowährungen traden. Alles zu diesen beiden Themen erfährst du hier natürlich im heutigen Update-Video und natürlich, wie es jetzt hier für Bitcoin kurzfristig weitergehen kann. Meinen exakten Trading-Fahrplan gebe ich dir an die Hand, denn ich bin aktuell in einem Long-Trade. Wieso, weshalb, warum, verrate ich dir natürlich ebenfalls detailliert in diesem Video. Und mit diesem kurzfristigen Drop von Bitcoin noch einmal, wurde ebenfalls unsere Position, unser Long-Trade in Ethereum geöffnet. Alles zu den aktuellen Positionen, die laufen, bekommst du hier natürlich ebenfalls an die Hand. Falls dir das heutige Video gefällt, falls es ein Mehrwert ist, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da. Aktiviere die Glocke, stell sie auf alle und starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading-Tag und lerne jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading dazu. Und erst einmal ein großer Shoutout an jeden Einzelnen in der Community. Vielen, vielen Dank für diesen Mega-Support auf das letzte Video. Über 364 Likes. Lasst uns genau daran anknüpfen. Über 7920 Abonnenten. Wir sind auf dem Weg zur 8K-Marke. Lasst uns Gas geben und damit legen wir los. Let's go. Bevor wir jetzt gleich tiefer und detailliert in die Chart-Analyse zu Bitcoin, zu Ethereum und heute auch mal den DAX eingehen werden. Denn hier bin ich kurzfristig in einem Short drin. Lasst uns zu Beginn erst einmal über die wichtigen Neuigkeiten-News sprechen. Denn in diesem Fall ist es heute Nacht offiziell verkündet worden, die USA setzt ihre Schuldenobergrenze aus. Der US-Debt-Sealing-Bill, der Deal, ist durch den Kongress gegangen. In diesem Fall mit 314 zu 117 Stimmen geht dieser Gesetzesvorschlag jetzt an den Senat. Aus meiner Sicht ist es nur noch eine Formsache. Denn dieser muss es noch bestätigen, ehe es dann an den Tisch von Joe Biden herangetragen wird. Und damit dann dieser Deal soweit auch durch sein sollte. In diesem Fall setzt die USA damit die US-Schuldenobergrenze aus. Hat wieder die Möglichkeit neue Schulden aufzunehmen. Und das Interessante dabei ist letzten Endes, dass es bis Januar 2025 hier der Fall ist. In diesem Fall erst nach den neuen Präsidentschaftswahlen im November 2024 wird erneut darüber entschieden. Und von daher hat soweit erst einmal Joe Biden aus meiner Sicht die Schlinge oder den Hals aus der Schlinge gezogen. Eine weitere Major-News, die seit heute Nacht greift, Leute, ist folgende. Hongkong-Retail-Investoren können wieder Kryptowährungen traden. Denn heute Nacht ist eine Regularie in Hongkong in Kraft getreten. Die ist soweit erst einmal wieder erläuft, Kryptobörsen, Krypto-Exchanges, ihre Services für Retail-Investoren anzubieten. Was jeder verstehen muss, ich möchte dafür noch einmal sensibilisieren, haben wir ebenfalls im gestrigen Livestream gemacht. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, schau ihn dir unbedingt noch einmal an. Für dich kurz eingeblendet ist folgendes. Dass jetzt seit dem 1. Juni Kryptobörsen und weitere Banken eine Lizenz beantragen können, seit heute Nacht, um genau diese Services anzubieten. Sie heißt Virtual Asset Service Provider Lizenz in diesem Fall. Sie müssen eine Applikation abgeben bei dem Securities Regulator. In diesem Fall ist es in Hongkong die SFC. Und die muss dann soweit erst einmal genehmigen, dass diese Services auch angeboten werden dürfen. Von daher rechnet nicht mit einem Fingerschnipp, dass jetzt gesamt die Liquidität aus Hongkong wieder auf den Kryptomarkt fließt. Nein, das wird jetzt sukzessive weiter voranschreiten. Ja, mittel- bis langfristig extrem bullisch, diese News und dieses Szenario. Doch kurzfristig rechnet soweit erst einmal nicht mit einem Mega-Anstrom. Denn, wie eben durchgegeben, müssen jetzt erst einmal Kryptobörsen wie unter anderem CoinEx, Huobi oder unter anderem auch Gate.io, Bitmax und letzten Endes OkoX erst einmal diese Applikation einreichen. Haben sie wahrscheinlich jetzt gemacht zum Startschuss. Nichtsdestotrotz brauchen sie erst einmal die Lizenz, um genau diese Krypto-Services anbieten zu können. Sehr, sehr interessant ist folgende Liste. Möchte ich einmal nochmal mit euch teilen. Ist jetzt nicht das erste oder zweite Mal, das dritte Mal. Das ist eine interessante Liste mit China und Hongkong-Narrative-Coins von 2023. Denn jeder Pump, jeder Run in gewissen Coins folgt einem Narrativ. Genauso wie wir diesen Hype im Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenzbereich hatten durch ChatGPT, ist das hier ein weiterer Katalysator, der folgende Coins definitiv pumpen kann. Do your own research. Jetzt nicht einfach hier irgendeinen Dart-Pfeil nehmen, auf diese Liste werfen. Okay, das ist der Coin, wo ich jetzt rein investiere. Nein, macht definitiv ein Research. Nichtsdestotrotz habt ihr hier eine sehr, sehr, sage ich mal, holistische Liste an Kryptowährungen, die in diesen Bereich reinfallen. Und wie hat der Markt und Bitcoin diese News jetzt heute Nacht aufgefasst? Wir sehen es. Es gab erst einmal einen kurzfristigen Rücksetzer. Wir sehen einmal kurz in die Stundenchart. Um 2 Uhr gab es den ersten Dip. Um 4 Uhr gab es dann das Follow-Through-Movement. Und wir fallen in Bitcoin runter bis 26.600 US-Dollar. Fallen damit erneut unter die 27.000 US-Dollar-Marke und sind jetzt an einem sehr, sehr signifikanten Punkt angekommen. Sehr, sehr wichtig, Leute. Das ist die Make-or-Break-Zone. Die darüber entscheidet, aus meiner Sicht, ob wir es jetzt schaffen, den nächsten Run-Up hier in Bitcoin hinzulegen oder tatsächlich doch noch einmal ein größerer Abverkauf in die Region von 25.000 US-Dollar respektive 23.000 US-Dollar vorgeht. Schauen wir uns das einmal an. Wieso, weshalb, warum. Gehen wir in die Daily rein. Da sollte jedem bewusst sein, falls du die letzten Videos nicht gesehen hast, schau sie dir sukzessive noch einmal an. Da bekommst du das ganze Hintergrundverständnis zu unseren Strukturen, wie wir traden. Denn wir arbeiten ganz klar nach SK-Systemen hier auf diesem Kanal, basierend auf Fibonacci, der Elliott-Wellen-Theorie, Strukturverständnis und Price-Action. Und wir hatten zuletzt über folgende Struktur gesprochen. Von übergeordneten Mittel bis langfristig sind wir letzten Endes bullish orientiert, verlaufen in den hellgrünen Strukturen mit C-Level 35.000 US-Dollar hoch bis 39.000 US-Dollar. Und innerhalb dieser Struktur wollen wir genauso wie hier immer wieder neue Einstiegsmöglichkeit finden. Und übergeordnet langfristig ist unsere letzte oder neue Einstiegsmöglichkeit weiterhin in den Regionen von 25.000 US-Dollar. Denn der Markt läuft in Wellen, es geht nicht nur straight nach oben oder straight gegen Süden, nein. Es gibt immer wieder Impulse, Korrekturen, Impulse, Korrekturen und wir steigen hier immer mit einer Korrektur ein. Niemals mit einer Bewegung, denn du kannst dir niemals sicher sein, wie weit diese Bewegung geht. Wenn du letzten Endes hier zum Beispiel einsteigst, dann nimmst du vielleicht noch einen kleinen Up-Move mit, bist aber dann im Worst-Case-Szenario erst einmal sehr, sehr lange im Drawdown, wenn diese Korrektur erfolgt. Deswegen steigen wir immer mit einer Korrektur ein. Du hast auch in diesen Regionen, in diesen Wendebereichen, denn davon gehen wir aus, wenn der Markt da rein sticht, wendet er erst einmal das beste Chancen-Risiko-Verhältnis. Du hast einen sehr, sehr geringen Drawdown, du hast einen sehr, sehr geringen Stop-Loss und kannst deine Trades aktiv managen. Genauso wie ich aktuell diese Trades hier laufen habe, gehe ich gleich auch in den untergeordneten Strukturen drauf ein. Warten wir jetzt letzten Endes übergeordnet auf diesen letzten Down-Move hier in Bitcoin. Muss er erfolgen? Nein, natürlich nicht. Der Markt muss gar nichts. Strukturell hatten wir das auch schon einmal bewertet, denn wir kommen von Tiefstregionen, Lokalisation des Marktes. Von einem Bärenmarkt tief haben wir absolute Legitimität mit dieser Korrektur, die jetzt angefangen hat, auch nur fortzuschreiten bis zum sogenannten 38,2er aus dem Fibonacci-Retracement. Von daher hat der Markt in diesen Regionen, diese grüne Linie seht ihr ja letzten Endes, dieses Level erst einmal respektiert und wir sind erneut drüber gestochen. Jetzt höchst interessant, heute Nacht gab es den Retest dieses Levels und aktuell bouncen wir von diesem Level. Und von daher immens wichtig, Leute, dass wir diese Marke von 26.600 US-Dollar nicht nachhaltig unterschreiten. Das heißt, hier kein Daily Candle Close da drunter wieder reinbekommen, denn dann ist das für mich ein klares Signal, es geht noch einmal ein Stockwerk tiefer. Dann höchst interessant, die Region 25.275 US-Dollar, sprechen wir schon sehr, sehr lange drüber, seit dem Hoch im April 20, 23, 14. April, um genau zu sein. Das ist mein nächstes langfristiges Kauflevel hier für Bitcoin. Es gibt auch ein weiteres, sollte der Markt noch weiter korrigieren, werde ich eine weitere Tranche investieren in den Regionen 23.500 runter bis 23.000 US-Dollar. Ganz wichtig, Leute, keine Anlageempfehlung hier auf diesem Kanal, meine persönliche Trade-Idee, Trade-Erfahrung und das, was das SK-System mir hergibt. Nächstesotrotz springen wir jetzt einmal kurz runter in die untergeordneten Timeframes. Da hatten wir eben gerade drüber gesprochen, anscheinend respektiert der Markt dieses Level und hat auch erst einmal positiv heraus reagiert. Und jetzt kommen wir zu unseren laufenden Trades. Wir hatten einen Short-Trade hier im Bitcoin-Laufen aus einem bärischen Verkaufsbereich, genauso wie es bullische Wendebereiche kommt, wo wir davon ausgehen, wenn der Markt rein sticht, dass er wieder nach oben zieht, gibt es auch bärische, also Verkaufsbereiche, wo wir davon ausgehen, wenn er hier rein sticht, dass wir erst einmal einen Rücksetzer bekommen. Und der Markt läuft aktuell, muss ich auch jeden dafür sensibilisieren, in zwei Strukturen, sowohl bullisch als auch bärisch. Wir sind in einer sogenannten Indecision Zone gerade, wo es sich gerade entscheidet, deswegen hier auch Make-or-Break-Zone, wer jetzt letzten Endes sich hier durchsetzen kann und den nächsten Up- oder Down-Move bestimmen wird, die Bullen oder die Bären. Denn wir laufen auch in diesen bärischen Strukturen in Gelb, Orange und Rot, die uns definitiv in diese eben genannten übergeordneten Regionen noch einmal runterdrücken können. Wir können es mit 100%iger Sicherheit sowieso nie wissen, deswegen geht es hier um Wahrscheinlichkeiten und einen vernünftigen Risikomanagement und Trade-Management. Dementsprechend sind wir hier oben in den Short eingestiegen, konnten diesen Short mitnehmen bis zu unserem finalen Take-Profit, unserem nächsten Bullen-Level. Denn parallel zu diesen bärischen Strukturen laufen untergeordnet folgende Sequenz, die dunkelblaue. Und damit soweit erst einmal die Ziellevel findet in den Regionen 28.870 US-Dollar hoch bis 29.577 US-Dollar. Das sind die Ziellevel dieser kurzfristigen bullischen Struktur und weil diese Struktur aktiv ist, legitim ist zu traden aufgrund dieser besagten Gründe von vorhin, Make-or-Break-Zone, können wir dem Markt die Luft nehmen und diesen Wendebereich kurzfristig traden. 27.164 US-Dollar runter bis 26.732 US-Dollar. Und hier kommen dann letzten Endes auch unsere aktuell laufenden Trades rein. In diesem Fall unser Bitcoin-Trade geöffnet bei 26.870 US-Dollar. Stop-Loss ganz klar 26.485 US-Dollar. Wir hatten schon eine erste Position offen, können wir in der Handelshistorie einmal kurz nachschauen. Ich sage es immer wieder, cut your losses short and let your winners run. Genauso wie wir letzten Endes diesen Short einmal schon eingegangen sind, die Verluste realisiert haben, um dann den Winner hier heraus zu selektieren, haben wir auch hier unsere Losses erst einmal short gecuttet, um jetzt aktuell in dieser Position zu stehen mit aktuell 2% in the Profits. Doch wie geht es hier Trade Management weiter? Wir sind aktuell flexibel, wir haben einen guten Einstiegspreis gefunden aus meiner Sicht. Jetzt zum Trade Management. Wie geht das Ganze weiter? Wie werde ich jetzt hier, sage ich mal, diesen Trade managen? In diesem Fall haben wir drei verschiedene bzw. vier verschiedene Level, auf die ich kurz eingehen möchte. Wir haben unser erstes Level bei 27.322 US-Dollar. Das ist das Break-Even Level BE. Hier ziehe ich meinen Stop-Loss, der aktuell hier unten im Risiko liegt, in diesen Regionen, auf den Einstiegspreis, damit, wenn dieser Markt dieses Preislevel erreicht, das ist dann, sage ich mal, mein Triggerpoint, dann mache ich das, setze meinen Stop-Loss auf Einstiegspreis. Ich im schlimmsten Fall, wenn der Markt doch noch einmal drehen sollte, plus minus null ausgestoppt werde. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wenn der Markt dieses Preislevel jetzt erreicht, dass er noch einmal dreht und mich ausstoppt. Sollte er es machen, ist das wieder, sage ich mal, wiedererwartend ein Zeichen für die Bären und wir müssen davon ausgehen, dass der Markt dann weiter abrutscht. Deswegen aktives Trade Management, das A und O an den Finanzmärkten. Ein weiteres signifikantes Level ist das sogenannte erste Take Profit. Das liegt bei mir 27.520 US-Dollar. Hier hat man die Möglichkeit, nach Systemen seine ersten Profite zu realisieren, denn hier liegt soweit erst einmal das 50er Level. Dieser entgegengesetzten Bewegung sind 50% in diesen Regionen wieder erholt und hier absolute Legitimität, dass der Markt auch noch einmal zu einem U-Turn ansetzt. Das letzte Take Profit, beziehungsweise vorletzte Take Profit, so muss ich es ja nennen, ist die 100% Korrekturmarke. Das letzte hoch, 28.442 US-Dollar. Und dann final, die Position werde ich schließen in den kurzfristigen Ziel-Leveln, denn wir traden ja in der dunkelblauen Struktur und daher findet die ihre Ziel-Level bei 28.870 US-Dollar. Schauen wir uns das Ganze jetzt auch noch einmal aus Liquiditätssicht an. Da gibt es noch einmal ein großes Shoutout an unseren Kollegen, den 0 ist 0 aus unserer Telegram-Gruppe. Wie gesagt, komplett kostenloser Mehrwert. Schau einfach mal in der Videobeschreibung kurz nach dem Link zu Telegram kostenlos für dich. Da bekommst du jeden Tag wichtige Informationen rund um die Kryptomärkte, jede Menge Chart-Analysen, Trade-Setups und genau solche interessanten Liquidation-Heatmaps jeden Tag sehr, sehr aktuell gehalten von dem Kollegen. Von daher noch einmal vielen, vielen Dank und wir gehen da einmal kurz drauf ein. Was sehen wir denn jetzt? Gestern Abend in den Livestream haben wir darüber gesprochen. Absolut legitim, dass wir noch einmal runter in diese Region von 26.600 US-Dollar sacken, denn aus Market-Maker-Sicht lag da kurzfristig die größte Liquidität im 7-Tages-Chart. Wir haben deshalb natürlich auch unseren Stop-Loss unterhalb dieser Liquidität-Zone gesetzt und ihr seht, was passiert ist. Der Markt sticht kurz rein und reagiert jetzt erst einmal positiv heraus. Die Liquidität hier unten ist jetzt abgegriffen. Wo liegt die nächstgrößere Liquidität im 7-Tages-Chart? Hier in den Regionen 28.000 US-Dollar. Was wir nicht vernachlässigen dürfen, gibt es natürlich Zwischen-Steps in den untergeordneten Timeframes. 12-Stunden-Chart zum Beispiel haben wir die nächste interessante Liquid-Zone bei 27.250 US-Dollar. Von daher potenziell erst einmal nach oben gerichtet der Magnet, dass wir erst einmal leichte Erholung von diesen Leveln ausgehen können. Übergeordnet, was jeder auf dem Schirm haben muss. Monats-Chart, soweit erst einmal ziemlich leer gefegt. Im 3-Monats-Chart deswegen auch die übergeordnete Erwartungshaltung. Und sollte der Markt noch einmal in diese Region vorstechen, ein höchst interessanter Bereich für mich persönlich, für eine langfristige nächste Investition in Bitcoin und definitiv auch die nächsten Trades in den Regionen von 25.000 US-Dollar startend hoch bis 25.800 US-Dollar und dann letzten Endes auch in den Regionen 22.500 hoch bis 23.000 US-Dollar übergeordnet. Die nächste interessante Liquid-Zone für Bitcoin. Und last but not least, was ich ebenfalls euch noch mitgeben möchte, ist folgende Map einmal. Haben wir soweit noch nie beleuchtet. Hier sehen wir auch natürlich die interessanten Liquidation-Level. Was viel, viel interessanter ist, ist hier der untere rote Bereich. Der zeigt an, welche Position bzw. welche Marktteilnehmer mehr oder die Mehrheit aktuell auf dem Markt ist. Ist der Bereich im Grünen, so sehen wir, dass mehr Long-Käufer erst einmal im Markt sind, Long-Trader. Ist dieser Bereich jedoch im roten Bereich und so tief, wie wir jetzt gerade stehen, heißt es, wir sind vermehrt Short-Seller auf dem Markt. Was könnte das potenziell bedeuten? Richtig, ein potenzieller Short-Streeze, um diese Marktteilnehmer hier erst einmal rauszufischen, um das Open Interest wieder erst einmal ein bisschen zu mitteln. So, springen wir rüber zu Ethereum, denn hier ist unser nächster Trade getriggert worden, Leute. Wir haben noch darauf gewartet, dass der Markt genauso wie in Bitcoin in sein dunkelblaues Level reinsticht. Doch mit diesem letzten Rücksetzer in Bitcoin ist das jetzt in Ethereum erfolgt. Der Markt sticht in unser Rechteck, Wendebereich, Kaufbereich, Bullenlevel, nenn es wie du willst, bei 1.844 US-Dollar runter bis 1.816 US-Dollar und damit natürlich auch hier auf BingX. Unsere Long-Position in Ethereum getriggert aktuell mit 8% in the Profits. Einstiegspreis hier 1.846 US-Dollar und Stop-Loss dieser ersten Tranche, dieser ersten Position 1.829 US-Dollar. Genauso wie in Bitcoin werde ich das Ding auch hier so traden, dass ich mich dann kurzfristig vorm 61.8er ausstoppen lasse und am 61.8er, sollte der Markt tatsächlich nochmal hier runterkommen, dann wieder erneut einsteigen. Wie ist jetzt aber das Trade-Management für diesen Trade zu sehen? Schauen wir uns das kurz einmal an. Wir haben auch hier unser erstes Level, unser Break-Even-Level mit dem ersten TP ziemlich in Überschneidung. 1.878 US-Dollar, denn das erste TP liegt soweit bei 1.883 US-Dollar. In diesen Regionen ziehe ich meinen Trade aller spätestens auf Break-Even. Dann in der Region 1.927 US-Dollar die Möglichkeit weitere Profite zu ziehen und final diesen Trade zu schließen, natürlich in seinen übergeordneten Ziel-Leveln bei 1.974 hoch bis 2.024 US-Dollar. Denn genauso wie in Bitcoin verlaufen wir hier in einer bullischen Sequenz als auch in einer bärischen Sequenz. Deswegen müssen wir vom Trade-Management her ganz klar und in dem Sinne konservativ-passiv vorgehen, denn beide Szenarien sind weiterhin intakt. Hier zum Unterschied in Bitcoin, aber ganz klar hervorzuheben, wir haben hier bereits unseren übergeordneten Bereich erreicht, unseren übergeordneten Kaufbereich. Genauso wie wir ihn hier erreicht haben, schön Upmove gesehen haben, sind wir jetzt auch hier getriggert worden, übergeordnet mit unserer langfristigen Position. 1.756 US-Dollar läuft auf dem Futures Perpetual-Reiter und hier waren wir auch kurzfristig an einem Trade. Konnten wir wunderschöne Profite ebenfalls mitnehmen in dem letzten Ethereum-Trade. Und deshalb gehen wir davon aus, weil wir in dieses übergeordnete Level schon reingestochen sind, dass der Markt jetzt das Potenzial hat, soweit erst einmal seine Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen, bis hin zu seinen übergeordneten Ziell-Leveln 2458 US-Dollar hoch bis 2712 US-Dollar. Muss der Markt das machen? Nein, natürlich muss er nichts machen. Der Markt muss gar nichts. Es geht um Wahrscheinlichkeiten, Leute. Nichtsdestotrotz sieht diese Struktur sehr, sehr schön aus. Wir haben ein schönes, stabiles Konstrukt hier aufgebaut. Fundament, worauf wir ein neues Potenzial Schöpfung aufbauen können, um es dann zu entladen. Nichtsdestotrotz sollte der Markt hier durchbrechen, dieses Level jetzt nicht respektieren. Das ist für mich ein klares Zeichen. Okay, anscheinend war das doch noch nicht das attraktive Level genug. Wir dürfen dann soweit attraktivere Level nutzen. Und in diesem Fall würde ich mich dann beziehen auf das 618er, 1660 US-Dollar. Dieser Überschneidungsbereich 1626 US-Dollar runter bis 1608 US-Dollar. Und das absolute Worst-Case-Szenario, was hier für Ethereum eintreten könnte, aktuell für mich 1440. Sollte der Markt hier hinkommen, werde ich eine große weitere Tranche für Ethereum hier platzieren. Schauen wir uns auch in Ethereum noch einmal kurz die interessanten nächsten Liquidation-Maps an. Rufen wir einmal kurz hier Telegram auf. Sind im 12-Stunden-Chart unterwegs. Kurzfristig seht ihr es, wo liegt die nächste Liquidität? 1.870, 1.880. Was liegt da? Unser Break-Even-Level. Im 7-Tages-Chart sehen wir noch einmal, dass aktuell noch wenig Liquidität unter uns liegt. Also soweit nicht verwerflich, dass der Markt auch noch einmal seine letzten Lows antestet und diese Liquidität abgreift, ehe er dann nach oben steigt. Würde uns das ausstoppen? Ich weiß es nicht ganz genau. Wo liegt es? 1.830 US-Dollar. Schauen wir uns einmal noch mal kurz an, wo unser Stop-Loss von dieser Position liegt. In diesem Fall Stop-Loss 1.829. Könnte passieren, dass unsere erste Tranche ausgestoppt wird, aber dann am 61.8 erneut wieder eingestiegen wird, um letzten Endes ganz genau Trade-Management flexibel zu bleiben, unser Chancen-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1 schneller wahrnehmen zu können und eher unsere Trades auf Break-Even bzw. Profite realisieren können. Lasst uns aber auch noch einmal kurz in die übergeordneten Timeframes hier von Ethereum reinschauen. So sehen wir natürlich, wir stehen übergeordnet zwischen zwei Blocks. Einmal unter uns bei den Marken knapp über 1.700 und knapp da drunter und letzten Endes 2.150 hoch bis 2.200 US-Dollar. Hier soweit erst einmal kein klares Bild hier zu geben. Deswegen müssen wir so aktiv handeln, aktiv diese Trades managen, wie wir es aktuell tun. Und sollte der Markt noch einmal in diese besagten Regionen von hier unten vorstechen, haben wir gerade darüber gesprochen, da liegen höchst interessante langfristige Investitionslevel meinerseits. Und zum Abschluss des heutigen Update-Videos. Ich hoffe natürlich, bis hierhin hat es dir einen Mehrwert geboten. Falls es dem so ist, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Falls du neu bist, lass gerne das kostenlose Abo da und starte jeden Tag, wie gesagt, bestens mit uns in den Trading-Tag und lerne jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading dazu. Jetzt aber einen kurzen Exkurs in Richtung des DAX. Denn hier höchst interessant, erstens, wir hatten jetzt vor kurzem ein neues Allzeit hochgebildet, nachdem wir natürlich genauso wie die gesamten anderen Finanzmärkte massivst abgesackt sind. Interessanterweise ist natürlich wieder hervorzuheben, wo wir dann erst einmal reagiert sind. Nicht irgendwo Leute, nein, auch hier wieder ganz klar nach System, nach Fibonacci. Soweit in unsere interessante Wendezone reingestochen, in die Region von 12.120 Punkten runter bis 10.725 Punkten. Der erste Trigger war direkt das 50er Level und seitdem ist der Markt straight gegen Norden geklettert. Von daher höchst interessant, dieses Level als langfristiges Investitionslevel wahrzunehmen. Jetzt aber befinden wir uns an neuen Allzeithochs. Wir haben ein neues Allzeithoch gebildet und von daher nach der einfachsten Lehre bei Low and Sell High kaufe, wenn der Markt tief steht, verkaufe, wenn der Markt hoch steht an Allzeithochregionen bzw. suche da nach Short Entries. Und wie machen wir das? Indem wir letzten Endes auf der Suche sind nach bärischen Strukturen, nach Sequenzen, die uns genau diese Short Entries liefern. Und jetzt haben wir in der jüngsten Vergangenheit ein neues Tief hier reingemeißelt im DAX bei knapp 15.630 Punkten. Damit haben wir ganz klar nach Regelwerk diese orangefarbene Sequenz aktiviert. Unser zunächst primäres Tief wurde gebrochen, damit die Sequenzaktivierung reinbekommen. Und damit haben wir neue Ziellevel für einen Short innerhalb dieser Struktur, gebe ich euch jetzt kurz durch, liegen bei knapp 15.090 Punkten runter bis 14.857 Punkten. Das ist das interessante Ziellevel dieser Struktur. Und wenn der Markt uns eine kurzfristige Erholung bietet, so wie wir es jetzt gemacht haben, dürfen wir auch ganz klar nach Regelwerk unser nächstes Short Entry bestimmen. Und in diesem Fall war es die Range von knapp 15.850 Punkten hoch bis 15.930 Punkten. Was habe ich gemacht? Was hat der Markt gemacht? In diesem Fall ist der Markt kurz einmal in unser Level hier wieder reingestochen. Hier lag soweit mein Sell Limit und ich habe in diesem Fall einen kurzfristigen Short eröffnet. 15.848 US-Dollar war der Trigger. Unser Stop-Loss liegt bei 16.050 Punkten. Schauen wir uns das mal kurz an, wo das liegt. Also knapp überhalb dieser Regionen. Knapp über oder knapp unterhalb in diesem Fall vom B-Punkt. Aber soweit knapp überhalb unseres 78.6ers. Das ist ja soweit erst einmal das Trade Management zum DAX. Wo ziehe ich die ersten Profite? Beziehungsweise wo ziehe ich meinen Trade auf Break-Even? Im entgegengesetzten Korrektur-Level aller spätestens 15.744 Punkte. Dann das nächste Level 15.624 Punkte. Und final, wie gerade eben durchgegeben, 15.091 Punkten. Und das wäre es soweit erst einmal. Falls irgendwelche Fragen offen sind, Leute, steuert mir gerne in die Kommentare ein. Oder kommt einfach in die Telegram-Gruppe. Da wird euch stets geholfen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich hoffe, ihr hat das heutige Video gefallen. Falls es so ist, Like-Button smashen. Falls du neu bist, kostenlose Abo dalassen. Und einfach geil oder Teil dieser geilen Community werden. Geiler Teil. Definitiv. Meils aber. Macht es erst einmal gut, Leute. Haut da rein. Bis dahin. Ciao, ciao.